Ein bisschen weiter links laufen. Und dennoch wird es ein ewiges Geheimnis bleiben, warum man in Fachkreisen vom mächtigen Ego-Schuh-Tor spricht. Nein, wird es eben nicht. Was? Warum man vom Ego-Schuh-Tor spricht? Natürlich. Nein. Natürlich. Hast du Steve gerade eben nicht zugehört? Doch, aber dann hat er nichts mit der Geschichte des mächtigen Ego-Schuh-Tor zu tun. Folgen Sie mir. Wohin denn? Das waren Zeiten. Wir gehen jetzt einfach hier, wir sind jetzt am Opfer-Wilderness-Camp. Wir laufen jetzt hier schräg durch. Ich bin mitten in der Stadt hier. Wo seid ihr denn jetzt? Wir haben Flo verloren. Ich bin auf irgendeiner Strecke und werde wieder vom Psychos verfolgt. Ich habe echt so ein Faible dafür. Wir haben eher ein Faible für dich. Also wir sind jetzt am Opfer-Wilderness-Camp, das heißt wir müssen Nord-West... Okay, wir laufen nord-Westlich, ich habe ja einen Kompass. Gibt es hier gar nichts zu looten? Wir können auch hier looten. Ich hätte jetzt erstmal die Quest abgeholt, oder? Wir müssen mal aufpassen. Na gut, dann aber schnell jeweils zu dritt in dein Haus. Aber hier ist halt kaum Einrichtung drin. Ja, hier sind aber manchmal ein paar Schüsse. Also Pistolenschüsse hauptsächlich. Ich bin auf jeden Fall auf so einem Highway gerade. Bin über so einer Brücke. Ich bin über so einer Brücke und... Ich bin über so einer Brücke und... Hast du Scrap of Clothes noch übrig? Just because... Damit kannst du... Ja, lass mal weiterlaufen, hier ist alles leer, glaube ich. Nee, ich mache einfach hier Blackberry-Stamm ab... Frühstücken. Ja, aber hast du keine Scrap of Clothes übrig? Nicht mehr, also doch gleich. Ich werde wahrscheinlich jetzt meine Sachen mal shredden. Das hättest du schon lange machen sollen. Ja, da war aber überall Zeug drin, was ich nicht trocken wollte. Meine Hose... Netze. Äh, ich habe... Moment. Kampfkarotte! 2,22 Euro. Aus welchem Norden kommst du denn? Aus dem Norden? Äh, ich habe einen Kompass dabei, also ich weiß, wo wir lang müssen. Okay. There is a zombie. Das Ding ist, wir laufen jetzt hier gleich, äh, über die Berge rüber. Ich weiß nicht, ob wir da ohne Schaden rüberkommen. Da kann man halt auch in den Tod stürzen. Nee, nee, da ist so ein Bergpfad, da können wir rüber. Aber ist der nicht ganz hinten? Das könnte sein, aber wir müssen ja eh in die Richtung. Das ist mir in dem Moment auch aufgefallen. Ich habe gerade einen Zombie gekillt und ihr seid jetzt wieder weg. Wir haben schon wieder Flo verloren. Nein, ihr habt mich nicht verloren. Ihr rennt einfach immer vor. Ich bin jetzt Opfer Wilderness Camp gerade reingelaufen. Äh, von da kommen wir. Hä, wie können wir denn von da kommen? Das war gerade das, was wir looten wollten und dann doch nicht gelootet haben. Nein, hier ist ein einziges Haus auf einem Hügel. Okay, dann wird das einfach... Vielleicht solltest du deinen Kompass abgeben. Nee, er ist im Opfer Wilderness Camp, aber in dem Part, wo nur ein Haus ist. Ach Flo, lauf doch einfach uns hinterher. Leck mich doch am Arsch, Mann. Wenn wir Zombies looten, looten wir halt Zombies. Wo seid ihr denn jetzt? Hallo, hallo. Hörst du uns? Ich bin an einem See. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Bleib mal stehen, wo du bist. Ich glaube, ich habe dein einzelnes Haus gefunden. Müsst du hier links, glaube ich, sein. Ja, das glaube ich nämlich auch. Das ist das einzig... Ja. Der Triggi hat nämlich auch nochmal Opfer Wilderness Camp. Oh mein Gott. Flo, hörst du uns? Ich bin im Spiel. Ich sehe euch nicht. Bist du... Wir kommen jetzt ins Haus, ja? Ja, ich bin nicht im Haus. Ich bin durchs Haus durchgelaufen. Na, dann bist du wahrscheinlich nach hinten wieder raus. Ja. Ah, ich sehe dich. Ja, ich sehe dich. Bleib mal stehen, wo du bist. Wieso? Müssen wir nicht hier lang? Ja, du musst uns schon... Wenn man keinen Plan mehr hat, wo man ist, geht man am besten auf die Insel in der Mitte. Ah, da hinten ist ein Camp. Bist du jetzt weiter gerannt? Also, wir kommen hier an. Wie schnell ihr euch gefunden habt, ey. Ja, lass mal weiter Bären fahren. Und dann aber auch weiter Richtung Dingens laufen. Weil da gibt es halt eine Waffe nochmal. Ja, vor allem... Bär, 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 Bär. Ich habe es gehört. Aufpasst, sehr tödlich. Ja, und weg. Wohin? Mir hinterher. Mir ist gerade jemand... Hier ist gerade jemand vorbeigerannt. Ich bin derjenige, der die Kompass ist. So. Was mich hier wundert, dass uns irgendwie noch kein anderer Spieler gefunden hat. Hat er recht. Kannst du ihm sagen. Nach dem Update kann ich auch meine Waffen benutzen. Yeah. Hab nichts. Hä, wie ich... Well, that's pretty nice. Ich habe doch gerade noch mein Messer in der Hand. Ja, ich würde sagen, wir gehen kurz ins Haus rein. Auf der 3 ist mein Bogen. Schwimmt man mittlerweile oder läuft man weiter übers Wasser? Man läuft weiter durchs Wasser. Ich habe übrigens nur noch 39% Energy. Energy? Dann... Okay, wir gehen ins Haus und machen kurz eine Fresspause. Dieser Plastisch-Stuhl. Schreck mal das Auto gerade. Mach mal. Mach mal. Oh, ein T-Shirt. Ah, ich habe zweimal Pistolen-Munition gefunden. What? Ja, zweimal. Okay, Türen zu. Wood Planks. Hat er sich in einen Sessel gesetzt? Na, wenn du dich an die richtige Stelle hinsetzt, dann... Türenar. Dankeschön. Hä, was? Kam bei mir nicht an. Bei mir, ja. Ah. Ah, okay. Türenar. Dankeschön. Vielleicht sprechen wir noch einen einzelnen Sound ein. Ich finde zwar dein Riff geil, aber wir können ja so... Dankeschön. Ja, das ist auf jeden Fall... Einsingen. Das könnten wir auf jeden Fall noch machen. Oh, dieser Hi-Hat geht mir auf den Sack. Der Jako ist hier gerade am Hi-Hat aufnehmen. Ja, ich habe einen Beanie gefunden. Einen Green Beanie. Nice. Kannst du... Also, ich würde es ja sofort tauschen. Mit meinem Cowboy-Hut. Aber... Das ist halt me, ne? Hört man das eigentlich, die Hi-Hat? Campfire. Ne. Zum Glück nicht. Es ist so derbe. Ich glaube, es würde mir auch früher oder später derbe auf die Eier gehen. Ja. Er ist den ganzen Tag schon in der Küche und kloppt auf dem Ding da rum wie so bekloppt er. I know that. So, ich habe keine Bären mehr. Und 71 Prozent. Geht doch. Geht der noch? Ja, dann lass uns weitergehen. Hier sind noch zwei Bären. Okay, wir müssen einfach nur weiterhin am Berg langlaufen. Jupp. Und das müsste dann aber hier rechts... Ja, das müsste rechts schon sein. Oh, das ist egal. Wollten wir nicht den Funkturm mitnehmen? Ja, den Pass am Funkturm entlang. Ähm, hat einer von euch noch seine Flair übrig? Ne. Die habe ich weggeschmissen. Feuerzeug? Ja, ich auch. Nein. Auch nicht. Ich habe irgend so einen Typen mit meiner Axt in den Rücken gehauen. Ich will mal passieren von hier. Ich stehe auf so einem Gefrierschrank in so einem kleinen Raum. Und er ist so reingekommen. Uiui. Das ist so lustig. Wie und er sieht dich nicht, oder was? Jetzt hat er mit mir gesprochen. Will eigentlich einer von euch meine Gorses haben? Ich würde mir Bandages machen. Ich habe Spicy Chili gefunden. Fresse ich jetzt erst mal. Okay, dann nicht. Wie schaut man sich nochmal um mit... Ne. Mit Alt. Alt links. Alt. Alter, ich habe Schüsse hinten im Rückse... Achso, ach Quatsch. Ah, die Player Wipe. War ich gerade ganz kurz fies verwirrt. Nein, der wird mich töten. Der hat eine Waffe. Kommt her. Als ob wir mit unseren Bögen da was ausrichten könnten, ey. Ist das schon der Bergpass hier? Müssen wir näher dran. Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Ja, notfalls laufen wir direkt am Berg lang. Oh man, der ist so lustig. Ihr müsst das sehen, was ich sehe. Warum? Er öffnet immer die Tür und ich mache es wieder zu. Das ist so geil. Steve, streamst du? Warte mal, ich mache mal Steve kurz ein bisschen lauter. Deckt ihr mich mal kurz? Ich muss mal kurz raus aus dem Game. Ich stream nicht, aber das ist so geil. Oh, du bist aber eigentlich schon voll laut, ey. Wie heißt denn der? Igor? Igor heißt der hier. Und Flo, so mache ich auch ein bisschen lauter. Der würde mich gerne tot sehen. Kann man es ihm verdenken, wenn du ihn gerade umbringen wolltest? Ja, der kann auch einfach weggehen. Okay, kann weitergehen. Steve ist so übelst laut in meinem Brain, ja. Oh, I'm sorry, Bro. Oh, jetzt habe ich schon wieder keinen Game-Sound. Ich muss echt einmal im Spiel hier den Regler bewegen. Ich bin in the Brain. So. Das sieht doch wie ein Bergpass aus. Ja, es ist er zwar nicht, aber das ist okay. Ja? Ah, okay. Kommst du? Sekunde. Ich habe gerade geringfügige, mittelschwere Probleme mit meiner Auflösung. Oh, Moment. Er hat gerade geringfügig, mittelschwere Probleme mit seiner Auflösung. Ja, läuft. Bin wieder da, bin wieder da. Läuft. Ist ja geil, dass du gleich ein Warn-Leader gefunden hast. Wer? Du. Ich? Ja. Wieso? Ja, weil das geil ist. Ich habe, was hat, warum, was? Weil das cool ist, du hast eine Quest gefunden. Der Warn-Leader ist eine Quest. Letter. Warn-Leader. Läder. Eine getragene Läder. Ist so geil, Steve. Ich soll dich viel Glück wünschen. Im Chat bei uns ist man sich einig, du machst einfach konsequent glücklich mit deinem Lachen. Gut, super. Alucard ist jetzt auch hier und will mich töten. Und die verbrauchen gerade hier ihre ganze Munition, aber sie kriegen mich einfach nicht. Das ist so geil. Ich bin jetzt voll auf der Bergspitze. Wo seid ihr, Jungs? Unten. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Ich bin so unten. Ich bin nur mit einem Wasserturm. Das ist so geil. Wie steht das da? Ja, das ist so geil, wie du dich automatisch umdrehst, sobald ich was sage, was für dich keinen Sinn macht, weil du weißt, dass es für Flo ist. Oh Mann. Wo ist denn, wo unten? Im Wald unten? Nein, noch nicht so weit. Wir sind, äh. Ah, ich komme wieder hoch, warte. Ich bin... Wie kann man denn so oft verloren gehen, Alter? Auch der, auch der beste Ortsname. Ranchito Takito. Oh, da bist du? Ein Hüpfer. Ich habe einen Hüpfer gefunden. Ich bin Ranchito Takito. Guten Abend. Äh, Flo, wo bist denn du jetzt? Ich bin hier ganz oben auf dem Berg. Broken, kommst du nochmal hoch? Weißt du, weißt du, wo Ranchito Takito ist? Ja, oben rechts. Wir suchen gerade Frodo, der kommt uns gleich abholen. Gut, oben rechts. I'm so scared. Topper, number seven. Auf welcher Bergspitze? Ich bin jetzt auch auf einer Höhe. Ich bin... Ach, da. Weißt du das? Nee, das ist ein Zombie. Aber warte mal, wenn du den Zombie siehst, siehst du auch das Reh? Ein Reh sehe ich nicht. Bist du auf dem höchsten Punkt in deiner Nähe? Ja. Wir stehen hier zu zweit. Ja, ich stehe hier auch zu zweit. Na, wie hast du denn... Ey, ich frag mich wirklich, wie du das denn gekriegt hast. Wo soll er denn sein? Auf dem hohen Punkt eventuell? Nein, ich bin euch hinterhergelaufen. Bis zu einem Punkt. Leute, die kennen mich. Wer auch immer hier rein will, die kennen mich. Und die wissen, dass ich hier drin bin. Und die wissen, wo ich bin. Das ist so geil, wie Broken jetzt sogar schon... Jetzt bin ich trotzdem nicht. Aber jetzt bin ich tot. Jetzt haben sie mich tot. Ah, wir sehen euch. Wir sehen euch. Hallo. Kommt auf uns zu. Das ist ein Zeug. Ey, ihr seid zu dritt. Kann das sein? Lasst mir mein Zeug. Ne, wir sind zu zweit. Weil ich sehe euch immer noch nicht. Ich muss sagen müssen, dass du nicht Steve bist. Oh, scheiße. Da kommen aber drei. Ja, aber das wussten die ja. Hä, willst du mich verarschen? Wo seid ihr denn? Hallo. Hallo. Na, alles cool. Er hat seine Schrotfilme weggepasst. Ich glaube, er ist freundlich. Tag auf. Jo, Jintake, wir warten gerade auf Frodo. Aber wir haben uns verloren. Krass, wir suchen gerade Flo und Flo's neuen Freund, weil die sich irgendwie hier verlaufen haben. Flo's neuen Freund. Sorry. Ja, folgt mir einfach mal. Wir probieren mal hier auf diesen Berg da hoch zu gehen. Jetzt mal im Ernst. Ich bin mitten auf einem Berg. Links von mir ist Wald. Rechts von mir ist Meerberg. Ja, dann geh mal zur anderen Seite des Bergs. Und down. Zur anderen Seite des Bergs. Der Berg ist ungefähr zwei Kilometer lang. Ja, du bist auf einer Spitze, oder? Ja, ich würde sagen, auf der Mittlerin. Ja, Imre, ich habe den Donation Tracker an. Normalerweise kommt hier auch alles. Und wenn es nicht bei mir ankommt, sieht Flo's. Ja. Ist aber nicht der Donation Tracker, ist Twitch Alert. Meine ich doch. Ach, hallo Flo. Wo denn? Heißt deiner Jintake? Ja. Hi Jintake, wir suchen Flo. Ach, da. Hallo. Hallo. So, dann kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Ich weiß ja, wo es hingeht. Ich folge jetzt einfach nur noch. Ja. Ja. Servus. Einen wunderschönen guten Abend an alle. Ich werde jetzt nur noch folgen und mich nicht mehr auf Bergspitzen verlaufen. Besser ist. Ich fühl mich flamen, weil du auf meinen Kommentaren festgestellt hast. Lol. Warum haben wir hier schon wieder eine Fünf-Mann-Gruppe am Start? Mit Schrotflinten. Hat einer von euch zufällig Munition für die AR-15 oder für die Handgun? Nope. Äh, nur die Pistol. Achso, ich bin gestorben und ich habe nichts mehr. Na, die Pistol bräuchte Flo, wenn du die entbehren kannst, falls du noch eine andere Waffe hast. Pistol Muni brauche ich nur. Naja, hat er ja. Frau, einer von euch noch eine Pistol. Ich habe mixte Vegetables bekommen. Ich habe noch ein Weapon-Repair-Kit, falls noch einer das braucht. Ich habe nämlich eine Pistole. Ich habe zwei Pistolen im Prinzip, also eine kann ich abgeben. Sag ihm mal, ich habe eine Pistole, ich brauche nur Munition. Das kannst du ja auch sagen. Aber das weiß er auch. Nee, Flo braucht wie gesagt nur Munition. Ja, zieht doch. Kann ich ihm gleich spielen. Ich kann dann nicht wieder weg sein. Jetzt rennt er. Sind wir noch alle komplett? Ja. Oh, geil, ich habe schon wieder so ein Backpack bekommen. Was? Ich bin glücklich. Oh, es ist geil, ich habe schon wieder tausend. Oh, es ist nice. So, wir laufen gerade übrigens genau auf die Höhle zu. Also, dann in... In zehn Jahren dann? Na, es ist gar nicht mehr so weit. Oh. So, nur noch über den See und dann sind wir schon an einer Loot-Höhle. Die Loot-Höhle. Oh, shit. Ich blute! Wow. Ich nehme den One. Stell dir einen arrow hier, wenn den keiner haben will. Na klar. Yo! Yo! Ich dropp immer Pistole Munition.